hallo ihr lieben happy kfreitag ich habe heute auf facebook ganz spontan einen post gemacht und das war irgendwie mega lustig und zwar habe ich geschrieben wer will die ultimative reichtums formel kommentiere mit ich bin und es ist so genial es haben zwölf leute ich bin kommentiert und eigentlich wollte ich das dann nachher mit einem gag auflösen und dazu schreiben na jetzt hast du schon die ultimative reichtumsformel selber rausgefunden ich bin ja ich bin ich bin das ich bin das ist die ultimativste reichtumsformel und übrigens ich bin ist auch die ultimative armutsformel ich bin es die formel für alles das ist so und das kann ich nicht ändern denn mein seins zustand meine identität das womit ich mich identifiziere was ich über mich glaube wirklich glaube unterbewusst glaube nicht bewusst versuche zu glauben oder darzustellen sondern was ich ganz ganz tief verankert in wahrheit über mich denke das bin ich und das kann ich nennen wie ich möchte ich kann mir einen namen ich kann mir eine bezeichnung ich kann mir einen titel geben wie es mir gefällt aber das ändert nicht daran wer ich bin es ändert es nicht und der titel den ich mir gebe die beschreibung die ich mir gebe die kann sein ich bin reich ich bin reich und du merkst gleich wenn das dein wahrhaftiges ich bin ist wenn du überzeugt bis von deinem wahrhaftigen reichtum du merkst es gleich und sogar viele reiche leute fühlen sich nicht reich reich an geld warum nicht weil es immer eine subjektive geschichte ist wann bist du reich das musst du mit dir selber ausmachen wann weißt du dass du reich bist wann fühlst du dich so confident so sicher so klar so wahr dass du sagst ich bin reich ich bin ich bin die reichste person auf gottes erdboden ich bin extrem reich ich bin reich erfüllt ich bin reich erfüllt mit mir mit meinem divine design so blueprint der alles hat in dem blueprint in dem seinszustand in dem ich bin indem ich erfüllt bin erfüllt und nicht im und bist du deswegen reich erlaubst du dir sich reich zu fühlen erlaubst du dir deinen reichtum zu sehen erlaubst du dir deinen reichtum reichtum zu fühlen erlaubst du dir deinen reichtum zu sprechen erlaubst du dir aufzutreten konfident und zu sagen oh ja ich bin reich ich bin reich warum bin ich reich wegen einem kontostand sind leute aufgrund eines xy kontostand reich sind die wirklich reich sind die so reich wie du gern reich wärst was ist reichtum für dich wann bist du reich wann fühlst du dich reich wirklich reich wann gehst du raus und sagst ich bin der reichste mensch auf gottes erdboden ich bin so erfüllt dann bist du reich nicht wenn du sagst ich bin reich sondern wenn du weißt dass du reich bist wenn du weißt welche energie reichtum hat wenn du reich weißt dass die energie des reichtums dein die deine ist dann bist du reich wann ist die energie des reichtums die deine wann erlaubst du dir die energie des reichtums zu sein wann erlaubst du dir die ultimative reichtums formel zu verkörpern 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 heißt sein das heißt dich so zu fühlen so über dich zu denken so über die welt zu denken den reichtum in der welt zu sehen den reichtum in anderen menschen zu sehen den absoluten reichtum das ist die ultimative reichtums formel und für alle die die ich bin geschrieben haben weil sie gedacht haben es geht jetzt hier um diesen einfachen ultimativen weg super schnell geld zu haben ja geht es auch geht es auch aber da geht es nicht darum dass du irgendeine formel umsetzen sondern dass du eine formel bist dass du eine frequenz bist dass du eine energie bist dass du eine verkörperung bist dass du ein symbol bist erlaubst du dir das symbol für reichtum zu sein was hast du für bedingungen dran dass du dir erlauben kannst ja ich bin das symbol für reichtum ich bin das symbol für reichtum schau mich an schaut mich an wenn ihr sehen wollt wie reichtum aussieht dann schaut mich an schaut mich an hier ist reichtum 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 auf zwei beinen hier bin ich hallo hier bin ich reichtum auf zwei beinen warum bin ich reich weil ich das leben verstanden habe weil ich verstanden habe wie alles aus mir aus meinem blueprint entsteht und ob ich meinen angst und mangel blueprint der aus der gesellschaft aus denkmustern gesellschaftlichen denkmustern dass meinen eigenen vergangenen denkmustern aktiviert wurde wenn ich aus diesem blueprint heraus mich sehr die welt sehr andere menschen sehr erlaube ich mir kein reichtum ich erlaube mir kein reichtum weil ich so viele geschichten habe an geld an reichtum wie sich reichtum darstellt wie sich reichtum anfühlt wann ich reich bin wann andere reich sind wenn du diese geschichten lernen möchtest wenn du wissen möchtest was deine geschichte in bezug auf geld und reichtum ist dann schau mal welche geschichte du über andere erzählst in bezug auf geld und reichtum das ist deine geschichte das ist deine ureigene geschichte und es ist völlig egal wo sie herkommt sie ist nun mal da und sie aktiviert deinen blueprint in bezug auf reichtum in bezug auf geld weil du das bist du bist deine geschichte über reichtum du bist deine geschichte über geld und es gibt wenige menschen die eine halleluja geschichte über geld haben wo sagen ich bin geld ich bin geld ich bin geld ich bin wandelnder reichtum ich bin wandelnder reichtum und ich stelle es gerne zur schau ich verstecke nichts weil ich weiß wo mein reichtum sitzt ich spüre ihn ich lebe ihn ich trage ihn das ist mein ultimativer reichtum weil ich bin die ultimativste reichtumsformel die es gibt sie ist in mir begraben und wenn diese reichtumsformel die ich bin limitiert ist sich bedingungen auferlegt hat sich unfrei unterdrückt vielleicht sogar noch angst hat in bezug auf reichtum mit reichten dass ich gar nicht weiß dann sind das alles dinge die dich von reichtum trennen du bist deine ultimative reichtumsformel wenn du deine eigene individuelle ultimative reichtumsformel kennst kannst kannst du sie umschreiben dazu musst du aber dich umschreiben dazu musst du deine identität umschreiben dazu musst du dich einschreiben in deinen divine design so blueprint weil da ist limitless grenzenlos unendlich alles da auch dein reichtum dein glück deine glückseligkeit deine freude deine gesundheit dort ist alles aber das musst du sein du musst es sein und dazu muss es erstmal kennenlernen dazu musst du es anerkennen und dann kannst du es fühlen und dann bist du confident dann bist du selbst sicher dann bist du sicher dann bist du im vertrauen dann hast du keine ängste mehr weil du deine kraft und eine macht deine absolute kreationspower die hinter der formel ich bin steckt und deine ich bin geschichte ist meistens noch limitiert meistens noch unfrei meistens noch voll der angst weil du noch nicht verstanden hast wie das ich bin prinzip funktioniert wie die ich bin energie funktioniert wie sie entsteht wie du sie entstehen lässt unterbewusst unbewusst aber sie ist da und sie zeigt sich im außen und wenn du nicht ultimativer reichtum ultimative fülle ultimative erfüllung in deinem leben sehen kannst fühlen kannst dann liegt es daran dass deine ultimative formel über deinen seins zustand über deine identität beschränkt ist entmächtigt verarmt unterdrückt klein gehalten klein gemacht von wem ultimativ von dir denn du bist die einzige person die entscheidet wer du bist und du hast freie wahl denn du bist alles du bist von nichts getrennt du bist nicht von reichtum getrennt und du bist aber auch nicht von armut getrennt du bist die formel du bist die formel die trennung aufheben kann du bist die formel die in verbindung geht mit dir selber die sich vereint mit deinem divine design soul blueprint mit dem was du wirklich bist mit deiner kraft mit deiner power mit deiner macht die alles in entstehung in erscheinung bringt alles und zwar absolut bedingungslos absolut bedingungslos bringst du die dinge in erscheinung und jetzt liegt es an dir was du in erscheinung bringen kannst denn du kannst du das in erscheinung bringen was du bist weil du nur das sehen kannst was du bist und wenn du dein leben dinge in erscheinung bringt dinge zeigt dann hast du sie dennoch in erscheinung gebracht jetzt geht es darum aus welcher quelle hast du geschöpft aus der limitierten quelle aus einem limitierten eingeschränkten ich bin ich bin gut wenn ich bin reich wenn ich bin glücklich wenn wenn oder aus seinem divine design soll blubwind und da ist alles drin nicht nur dein reichtum da ist alles drin was du haben möchtest alles 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 aber du musst es sein das ist eine formel für alles ich bin und es ist nicht mantra und es ist nicht eine affirmation das ist keine formation das ist ein effekt das ist ein effekt und wir leben von fakten wir leben von unseren wahrheiten wir leben von unseren überzeugungen und unsere überzeugungen sind eben auch ängste einschränkungen all das sind auch unsere überzeugungen und dadel all das loszulassen das ist der einzige weg in deine ultimative fülle formel reichtumsformel erfüllungsformel da geht es rein da ist erfüllung drin da ist das ist alles in dir aber nur in dem erfüllten blueprint in deinem divine ist ein blueprint wo keine beschränkung ist wo keine bedingung ist wo kein ego wohnt sondern nur dein wahrhaftiges sein ja ich bin ja 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 ich bin aber nicht ich bin unter unständen ich bin vielleicht ich bin wenn dann nein du bist immer und du kannst nicht aufhören zu sein du kannst es nur verändern zu sein du kannst nur verändern wer du bist du kannst dich verändern dann verändert sich deine welt es gibt nur eines zu verändern wenn du veränderung willst dich selbst wie du dich siehst wie du über dich denkst was für annahmen rückschlüsse du siehst und ich sage dir wir sind uns von den allerwenigsten annahmen überzeugungen rückschlüssen denkmustern analysen bewusst im unterbewussten in uns nicht bewussten sind so viele annahmen so viele muster so viele formel sie sind aktiviert und du weißt es nicht aber du siehst es weil du siehst was da draußen ist los ist in deinem leben du siehst was auf deinem bankkonto los ist du siehst was in deinem körper los ist du siehst was in deinen emotionalen befindlichkeit los ist du merkst du weißt was los ist du weißt wer du bist du weißt es ganz genau aber du weißt nicht warum du es bist du weißt es nicht dir ist es nicht bewusst dass du es bist weil du es glaubst weil du es denkst weil du formeln aktiviert hast weil du kurz aktiviert hat weil du zusammenhänge lebt weil du nicht bedingungslos bist weil du nicht grundlos dir einfach erlauben kannst einen seinszustand eine identität einzunehmen in der alles enthalten ist was du dir möchte wünscht und was du möchtest weil du diese formeln hast deswegen erlaubst du es dir nicht und wenn die formeln und die codes nicht erfüllt sind kriegst du riesengroße angst da kriegst du es mit der angst zu tun weil du meinst es gibt irgendetwas außerhalb von dir was sich einschränken kann der und was sich unterdrücken könnte was sie krank machen kann was der schaden kann aber es ist nur dein ich bin ich bin ich bin nicht gut genug wenn ich nicht gesund esse ganz viele leute werden krank obwohl sie gesund essen ich bin nicht reich weil ich nicht so und so viel geld pro monat pro jahr auf meinem bankkonto einkommen sehe deswegen bin ich nicht reich und deswegen bleibe ich auch arm weil ich immer das sehe weil ich reichtum genau an diese formel binde aber wenn du reichtum an deine bedingungslose formel deines ich bin es deines ultimativen ich bin es deines ultimativen ich bin die weine ist ein soul blueprint und es steht mir alles zu weil ich bin alles wenn das deine formel ist dass deine ultimative formel ist eine absolute formel ist wenn du keine einflussfaktoren mehr gelten lässt die von außen kommen weil du weißt die kraft und die power und die manifestation kommt nur von innen nach außen dann kommst du dahin wo du sein möchtest und reichtum finanzieller reichtum ist ein nebenprodukt ein automatisches nebenprodukt weil du keine bedingungen mehr an reichtum oder an geld hast weil du es einfach die erlaubt zu sein einfach so weil du es bist weil du es weißt weil es dir sonnenklar ist und weil du auch sonnenklar weißt warum das geld noch nicht auf deinem konto ist aber nachdem es klick gemacht hat in deinem kopf und dieses klick auch nicht mehr zurückklickt in eine alte realität es ist unausweichlich doch das geld auf dein konto kommt dass die beziehungen so sind in deinem leben wie du sie haben möchtest dass du die dinge tust wie du sie haben möchtest dass du dein leben so lebst dein lifestyle deine freiheit so wie du es haben möchtest aber solange da noch irgendwelche formeln einschränkungen abhängigkeiten erlaubnis gebraucht werden von dir dass du ultimativ und absolut in diesen seinszustand eintreten kannst wirst du mehr mangel leben als fülle wirst du mehr erkennen dass es etwa das dinge nicht da sind die du haben willst als dass du sehen kannst dass sie da sind du musst komplett aussteigen aus deiner alten welt aus deiner alten realität aus deinem alten leiden und jetzt kommen wir zu ostern ostern karfreitag das ist der tag wo jesus christi sein leiden beendet hat das ist der tag wo er gestorben ist und dann ist er wieder auferstanden als neu neu ohne leid frei ohne einschränkung das soll diese geschichte bedeuten das soll es bedeuten das leiden zu ende sein soll das tot der das sterben des leidenden egos das sterben eines seins zustandes eines blueprints der einschränkung des mangels und der unterdrückung halleluja frühe ostern es ist zeit dass dein ego stirbt es ist zeit dass deine einschränkung deine limitierungen sterben es ist zeit dass deine ultimative armuts formel heute stirbt dass du ein ich bin für dich generierst und kreierst aus deinem divine design ultimativ limitlos so blue print das was du wirklich bist deine essenz deine wahrheit ist die hier aus dem unsichtbaren aus deinem inneren in deinen kopf in eine innere welt gelangt mit all den gedanken all den vorstellungen all den was du brauchst um es im außen raus zu projizieren du bist licht das alles nach außen projiziert egal welchen blueprints du willst limitiert mangel schmerz blueprints okay geil da draußen ein leben in limitierungen unfrei voll mit schmerz und mangel die weine sein so blueprints limitless alles ist da erfüllung freude begeisterung liebe liebe das ist liebe liebe ist ganz was anderes als du denkst diese liebe da diese liebe die du fühlst wenn du gut wenn du richtig bist wenn du konfident bist wenn du sicher bist wenn du im vertrauen bist wenn du angstfrei bist wenn du sorglos bist das ist liebe und die gibt es nur aus der bedingungslosigkeit die gibt es nur daraus das ist die ultimative formel ich bin liebe aber nicht ich bin liebe wenn ich einen partner habe ich bin liebe wenn mir irgendeiner sagt ich bin liebe deswegen bist du noch lange nicht liebe genauso wenig wenn dir einer sagt oh du bist aber reich deswegen bist du noch lange nicht reich es ist alles deins es ist alles da für dich in deinem ich bin in deinem selbstkonzept in deinem seinszustand in dem bewussten sein indem du auftrittst indem du dich deinem leben zeigst jetzt die frage als wer zeigst du dich deinem leben als wer zeigst du dich dem leben als wer fühlst du dich in diesem leben als wer siehst du die anderen als wen siehst du überhaupt das leben an gesetz der annahme gesetz der ansicht es ist ein gesetz es ist ein prinzip all das machst du selber deine eigene form du bist ultimativ du bist absolut vor dir und nach dir kann es nichts geben du hast das letzte wort du bist der anfang und das ende du bist die kraft du bist die macht du bist die power du bist alles du bist ultimativ du bist absolut du bist immer und du kannst es nicht ändern dass du bist aber wie du bist was du bist wer du bist warum du bist das entscheidest du und ich kann dir nur an den tag legen ans herzlichen ich kann dir empfehlen mache dir dieses wissen bewusst dass du hier von mir auf meinem kanal hörst mach es dir bewusst sähe dass es in jedem lebensbereich immer nur du bist um die es geht um der es geht um den es geht es geht dein ganzes leben nur um dich wenn du noch irgendwo glaubst dass es vielleicht egoistisch ist wer du bist oder was du bist dann hast du schon mal nochmal eine einschränkung gefunden eine formel nach der du lebst wann oder wie unter welchen umständen bist du egoistisch und wann nicht was ist egoistisch wo sind die egoistischen menschen da draußen die du siehst es trifft alles auf dich zu alles weil es kommt aus dir aus deiner ansicht aus deiner meinung aus deiner überzeugung und das ist dieses self mastery das ist deine meisterschaft die du angehen darfst wenn du sie angehen willst wir starten wir starten am ersten mai mit der divine design so blueprint mastery es ist ein masterprogramm es ist ein drei monate masterprogramm wo du genau all diese dinge meister wo du deine ultimativen formeln erstmal hochholst und sagst oh mein gott ist es meine formel das ist mein code danach läuft mein leben das ist mein blueprint logisch kommt nicht das raus was ich gerne hätte also gehe ich zu meinem divine ist ein so blueprint dass endlich diese sachen rauskommen in meinem leben die ich habe haben möchte drei monate gehst du mit uns und in drei monaten wird dein leben transzendiert aber du musst bereit sein zu sterben es gibt so viele karfreitage und es gibt so viele ostermontage in diesen drei monaten glaube mir so viele teile anteile aspekte formeln codes blueprints was auch immer du in dir trägst wie du es nennen möchtest programmierungen konditionierungen müssen entsterben und wenn du bereit bist in diesen tod zu gehen um neu zu sein neu zu leben dich neu zu erleben dein leben neu zu erleben deine beziehungen neu zu erleben deine finanzielle situation neu zu erleben deinen körper neu zu erleben dein ganzes lebensgefühl neu zu erleben das ganze leben neu zu erleben dann ist dein programm dann ist es dein master programm dann kommst du in deine mastery dann ist es für dich egal was ich gerade plagt geld liebe beziehung job beruf berufung es ist egal was du suchst du findest es ist in deinem divine design so blueprints suchst du kunden egal da ist es ist da ich zeige dir genau wo die sachen sind die du suchst die sind alle schon da die sind alle in dir drin du suchst am falschen ort du suchst zum falschen blueprints du versuchst falsch da ist es nicht manchmal findest du aber es bleibt dir nicht es geht immer wieder du möchtest es stabil haben es ist stabil bei dir es ist schon da es ist da ich zeig dir wo es ist du findest es selber du behältst es selber es ist deins ist es dein schatz den wir ausgraben es ist dein schatz darum geht es du brauchst keine methode du brauchst keine praxis obwohl wir natürlich in der umsetzung methoden praktischen aber wie ich bringst dich immer wieder zurück weil es bringt das zeigt dir nur wie es zu deinem divine design so blueprints kommt zu dieser energie du bist natürlich machen wir übungen natürlich setzen wir um aber es geht darum dass du nicht irgendetwas stures verfolgst du holst deine eigenen praktiken her die dich dort hinbringen weil du weißt wo du hin willst du weißt es und du kannst dich selbst am allerbesten managen ich gebe dir eine auswahl du übst du schaust ob es für dich funktioniert du gehst nach drei monaten raus und du hast dein eigenes divine design so blueprint mastery du hast deine mastery erlangt und weil es so genial ist und weil du so so glücklich sein wirst weil du so befreit sein wirst weil du endlich dich so angekommen fühlen wirst weil du dich so zu hause fühlen wirst weil du dich bei dir bei dir angekommen fühlst in deinem leben in all deinen wünschen und träumen kannst du hinterher dieses programm sogar noch weiterempfehlen für 20 prozent affiliert prämie als divine design so blueprints praktischen du kannst also wenn es geil ist anderen weiterempfehlen und kriegst sogar geld dafür ja und danach wenn du es immer noch so genial findest kannst du es für den halben preis noch mal machen oder du gehst den nächsten level und du machst den divine design so blueprints coach und mentor die ausbildung die noch mal drei monate geht und dann machst du deine eigenen masterprogramme nach meiner vorlage du musst gar nichts neu machen du musst du musst die welt du musst das leben du musst das prinzip nicht neu erfinden du darfst es auf deine art und weise weitergehen du sollst es du musst es du willst es du kannst dich gar nicht mehr aufhalten weil es das fehlende puzzle stück in deinem leben sein wird nachdem du schon 100 ausbildungen weiterbildungen coaching ausbildungen psychologie was auch nicht alles noch studiert hast milliarden von büchern und trotzdem ist das was du von mir bekommst ein fehlendes puzzel stück also es ist so wir kommen zum schluss ich schaue jetzt kann man ob ich hier was noch geschrieben habt hallo zusammen ja und zum schluss möchte ich dir noch sagen du hast jetzt die möglichkeit noch bis am sonntag 1500 euro auf dieses programm zu sparen dann kostet nur 8000 statt 9500 für die drei monate und es ist sowieso ein schnäppchen weil das was du hier kriegst das kriegst du nirgendwo anders diese transformation dieses wissen diese eigene arbeit an dir diese sicherheit dass es nur um dich geht und nichts im außen das kriegst du nirgendwo ja du kannst noch ein kennengelernt kennengelerntes gespräch oder infogespräch besser gesagt bei mir noch buchen schreibe mir einfach ich schicke dir dann den link bis am sonntag spreche ich gerne mit allen sonntag ist der wenn du das später natürlich anschaust der 31 dritte ab dem ersten vierten 24 kostet das ganze eben 9500 euro was auch noch ein schnäppchen ist aber wenn du jetzt sagst genau das habe ich darauf habe ich gewartet dann melde dich bei mir bis am sonntag sprechen drüber wenn du noch fragen hast du kriegst alles es ist alles da für dich es steht dir alles zu nur hast du immer noch diese formeln diese überzeugungen in der die es verhindern dass du es sein darfst dass du es dir erlaubst du dieses ich bin dein wahrhaftiges ich bin so fest durch die welt trägst und es ist nichts unmöglich weil es ist alles da wir sind schon für alles hier geboren wir sind für jedes leben geboren wir sind für jede realität geboren wir sind für alles geboren für alles wir sind da wir sind gut wir sind richtig wir sind perspekt wir sind ausgerüstet wir haben alles was es braucht nur wissen wir nicht wo weil es uns niemand gesagt hat sie haben uns alle gesagt wo die dinge nicht sind die wir haben nicht haben wollen das haben sie uns gesagt das haben sie uns beigebracht wo wir finden enge knappheit angst scham schuld unterdrückung zurückweisung das haben sie uns gezeigt das wissen wir wo wir das finden das ist ganz einfach diese formel kennen wir aber jetzt gibt es eine neue formel die alternative rechts und fülle und erfüllungsformel und die heißt ich bin bist du bereit einzutreten musst du bereit sein zu sterben aber du verlierst nichts du behältst alles was du behalten willst und du kriegst alles was du haben willst weil sich alles mit dir verändert weil du dich veränderst verändert sich alles verändert sich die welt verändern sich deine menschen deine liebsten deine kinder deine deine eltern alle verändern sich wenn du es zulässt weil du bist die quelle source ultimativ absolut es gibt nichts anderes in deinem leben als dich und es gibt so viele überzeugungen die dir deine kraft und deine power nehmen die dir deinen reichtum nehmen die dir deine freude nehmen die dir deine erfüllung nehmen jetzt ist es liegt es wirklich an dir ob du das möchtest für dich ob du jetzt bereit bist die zu sein und es ist leider im moment diese diese divine design soll blueprint master programm ist leider für männer noch nicht möglich aber das wird sich ändern das kann ich versprechen aber für frauen ist es jetzt möglich und für die frauen die einfach sagen yes 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 ich eier jetzt hier nicht mehr rum ich mache sich steig ein ich übernehme volle verantwortung ich gehen meine volle power ich lasse mir von meiner angst von meiner zurückhaltung von meiner unterdrückung nichts mehr wegnehmen die welt gehört mir mir gehören die schönen dinge alle sind für mich die liebe ist für mich die freude ist für mich die fülle ist für mich die leichtigkeit ist für mich die sorglosigkeit ist für mich das ist mein ding freiheit ist mein ding ja dann sei die frau werde die frau komm mit in einem ganz geschützten raum legst du diesen bullshit ab diese einschränkungen ab dieses leiden dieses verdammte fucking leiden dass kein mensch braucht niemand kummer 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 überall beschränkung einschränkung unterdrückung überall nein das ist eine lüge es ist nicht so es ist eine formel es ist die blueprint die du gerade noch lebst die aber nicht deine wahrhaftige die weine sein soll blutend ist ja ihr lieben beziehung ist da liebe star tiefe 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 soul connections seelenliebe intensives leben voll das leben voll die liebe das ist alles für dich da aber du musst die sein dies aushalten kann dies genießen kann dies lieben kann weil sie sich sicher fühlt weil sie sich richtig fühlt weil sie sich kraftvoll fühlt weil sie sich selbstsicher confident fühlt das brauchst du sonst geht es nicht es geht einfach nicht mit angst mit angst geht nichts mit einschränkung geht nichts mit zurückhaltung geht nichts es ist nicht edel zurückhaltend zu sein so ihr lieben ich komme zum ende wenn ihr fragen habt wird der schreibt mir einfach und es ist ostern hallo es ist ostern es ist da für dich du darfst gehen für dich du darfst sein du selber authentisch wahrhaftig erlaubst ihr frohe ostern meine lieben ich hoffe ich höre und sehe und lese ganz ganz viel von euch bis dann